Es kostet aber zwar irre viel Grafen, äh gut, ein Graf, haha, äh, ich hab 528, also, ja, es ist, äh, aber das sieht echt gut aus, das ist, das ist, äh, vor allem ergibt das sogar mal extrem cool Sinn. Das hat echt Stil. Oh, bei den Früchten hängen wir jetzt hinterher bei Minus 8. Oh, da muss man quasi so das Feld denn dran bauen. Zeitenkraftwerk, zusätzliche Turbine, bloß 100%. Oh, das geht nicht auch oft upgraden. Ich feier das grad total. Mal. Leute. Bis jetzt hab ich den Eindruck, das könnte ein richtig geiles Let's Play werden. Und zwar so richtig geil. Mit jeder Menge... Nein, weil ich grad nicht bauen... Will ich grad nicht bauen, aber wie gesagt. Und zwar mit jeder, jeder Menge cooler Aktionen. Das heißt, ich kann die Produktion hier erhöhen, ohne dass ich... Pfff, pfff, pfff... Äh, es... Geheime Militärinformationen. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Das erschwert die Arbeit nur. Möchten Sie etwas dagegen tun? Es ist toll, dass Sie immer zu Hilfe eilen. Danke dafür. Finden Sie Kisten auf beliebigen Inseln. Okay. Das ist richtig krank irgendwie. Aber ganz ehrlich, das ist episch. Ich bin grad total geflasht irgendwie. Ich weiß genau, sobald das gerendert und encodiert ist und fürs Uploaden bereit ist... Äh, bin ich noch wesentlich stärker gehypt und... Äh, nehm gleich das nächste Ding ins Auf. Die nächste Session. Das Ding... Wo soll ich das machen? Was haben wir hier? Interessant. Drei militärische Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Laut der Kampfdaten, die ich erhalten habe, hast du eine reelle Chance. Ich hab nur noch 13 Minuten, das muss... Ja, gut, ich nehm's an. Ich nehm's um so Überlänge gerade auf, von daher... Ähm... Der Ladebildschirm? Verzeihung, ich hab das von Twain gehört, der spielt da nämlich schon. Äh, das ist halt ein bisschen länger. Der Ladebildschirm der Einsamkeit. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Bring mich zu einem Serverzugangspunkt oder etwas Ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hecken kann. Aber vielleicht müssen wir mehrere finden. Oh, wir haben einen Besucher. Kampfstationen auf allen Schiffen. Zeigt ihnen, was für gute Gastgeber wir sind. Erst klar. Gute Gastgeber, vor allem. Ähm... Ich hab dieses Mal kein Reparaturschiff dabei, sonst... Ich sollte auch ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, alle Aufträge ernehm, die sie gibt. Fünf Treibstoffe, okay. Auf dich habe ich schon gewartet. Sagen Sie tauchen in Ihrem Fahrzeug, das kriegen wir auch hin. Roger. Was mir irgendwie so ein bisschen fehlt, ist ein Angriffsbefehl. Also so, so Angriff und dann dahinter klicken. Ich hab gerade ein bisschen Starkstoff gespielt. Das ist gerade so ein bisschen, äh... Das genauer Kicken. Aber hey, wir haben hier echt extrem viel Treibstoffplatz jetzt. Ich glaub, das ist, äh... Wie viel haben wir jetzt... 9 von 17, ich glaub, vorhatten wir 10 oder so. Richtig genial eigentlich, die Upgrades. Die bringen auch spieltechnisch was. Was selten genug ist. Ich schätze mal, wir müssen da durch. Sieben Treibstoff, die brauchen wir. Das ist okay. Oh, Gott. Okay, die vier Treibstoffe haben wir noch da liegen. Alle zum Einsatz. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Grünes Licht. Die haben sie schon abgeknallt, ist gut. Äh, zack, bumm. Und dann den hier noch. Und dann die übrigen drei Treibstoff aufsammeln. Und dann hierher abfüllen. Liefern, ja. Hallo? Liefern, Upflug, so. Sehr effizient. Finde ich auch, ja. Das hab ich gut gemacht. Ich bin der absolute Pro in Ammo, ja, das ist klar. Ähm, ich könnte jetzt fast so ein bisschen Treibstoff brauchen. Ich glaube am besten, dass wir uns dann da oben holen. Das sieht mir relativ okay aus. Oder auch nicht. Nuklear-Rakete abgefahren. Okay, doch. Weil ich brauche ja Reparaturen. So. Was ist unser zweiter Auftrag? Sagen Sie mal, das sind sieben Taucher. Wo kommt das denn her? Das sind doch wieder U-Boote. Feuer frei. Hier ist noch ein Geschützturm. Gott, wo kommen die denn alle her? Und vor allem, wo sind hier Taucher? Ist doch hier kein Taucher-Paradies oder so. Hier ist doch kein Tiefsee-Tauchen für Küstenschiffe. Oh, ein Upgrade fliegt mir nach. Ähm, ja. Dann mal den Turm jetzt zerstören. Und dann da oben das Ding ziehen. Ich fordere, dass sie keine Gnade zahlen. Verstanden. Äh, ja. Ich nehme dann einfach mal das Ding hier raus. Die Dinger hier, wirst du gesagt. Sind unterwegs. Ich mache mir gerade ein paar Sorgen, weil ich halt, äh... Verstanden. Dingens habe. Keine, äh... Oh, shit. Keine Reparaturdrohne. Ich glaube fast, ich verliere ein Schiff dieses Mal. Äh, das ist die, okay. Dann haut man rein. Okay, EMP kann ich knacken. Was ist das eigentlich? Unterstützungsflotte. Er ruft und verbündete Ungefähr ins Zielgebiet. So, ich habe das eigentlich noch nie benutzt. Aha, ist die erste, zweite Mission. Genau. Äh... Sie haben ein Sperrgebiet betreten. Gehren Sie sofort um. Ziel bestätigt. Ich gebe dir gleich ein Sperrgebiet. Volle Kraft voraus. Ich hätte jetzt echt gerade irre gerne... Oh, ich habe ein Schiff verloren. Scheiße. Nein. Treibstoff, jawohl. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Ich habe das noch nie gesehen. Wow, das hat wir getan. Aber so richtig. Au, sch... schnell reparieren online und noch eine u-befördernde zu hier liegen taucher rum warum auch immer hier taucher rumliegen so dass wir dann hier angreifen und hier droppt jede menge gutes zeug das finde ich cool ich sperre hier auf und weiter geht's nicht mal sehen ob du es bis hierher schaffst sind unterwegs geheimnisvolle frau habe ihnen ein kleines geschenk hinterlassen probleme mit so wenig speicherplatz haben sie jetzt nicht mehr zu sehen für die schönsten immer ich gemacht hab okay zurück in die bucht wir laden schon wieder 15 sekunden ladezeit ok ist schon ein bisschen heftig aber mal schauen es es nimmt halt wie gesagt ein bisschen spiel spaß raus aber mal schauen 3 4 zählt nur als 3 4 was jetzt brauchen weiß man nicht nix genaues weiß man nicht so wissen dass wir leute wie sie in leitender position haben gut finde ich auch total sie anderen um sich selbst zu helfen geschäftsaufträge können profitabel im hinblick auf material und ressourcen sein unsere bilanz gegen mich in den bach runter sich ich werde garantiert sehr bald der neue session aufnehmen das könnte gift nehmen wir werden die firma sein wie das son gut soweit so dazu es ist ressourcenrechte schaust alles weit im guten bereich finde ich klasse das gebäude verfügt bei allen gefahren das sind aber arktisch baupläne oder nein sind sie nicht benötigt einen küstenbauplatz braucht augen um zellen weiter zu verarbeiten zu produzieren verjüngungskuhn wollt ihr mich jetzt treuen ich spiele spiel noch nicht mal 90 minuten guter arbeitsplatz und die dinge wollen jetzt schon verjüngungskuhn das bedürfnis nach bestimmten verbrauchsgütern ihr traut mich doch ihr traut mich doch einfach oder kann es doch echt nicht sein ich wollte es nicht erklären dass ihr jetzt schon verjüngungskuhn braucht ähm ja wollt ihr trotzdem ich weiß ähm erstens mal brauchen wir jetzt mehr bevölkerung um unsere bilanz aufzustocken zweitens dürfen wir unsere ressourcen äh nicht aus den augen verlieren das fiese jetzt ist irgendwie wenn ein bedürfnis neu ist ähm wird es jetzt nicht einfach nur nicht erfüllt sondern es hat sogar negative auswirkungen zumindest weil ich das bis gerade eben verstanden habe weswegen wir auch direkt die algenfarben bauen und ähm das dingens hier und das dingens hier so am besten abstehen wobei da kommt die brücke dann hier hin so da steht das mal so an da steht das so an äh es ist wieder sehr wunderschön und überhaupt nicht kantig reingedrückt überhaupt so kann es funktioniert und die logistik ist komplett über vorrat okay das heißt wir werden ein transportzentrum brauchen und zwar hier zack haben wir einen logistik überschuss von 43 sehr schön aber auch eine ein bilanzminus das sich sehen lässt unternehmenslabel angepasst um wirtschaftskraft wieder zu spiegeln wie unternehmenslabel angepasst hä kommende belohnungen kontor limit plus 100.000 wahrenübersicht plus 10 transfers plus 1 hä hä was wollt ihr von mir ich wünschte ich könnte den Nachbarn da oben irgendwas tun ganz ehrlich die armen Tiere die da gequält werden das ist da ich weiß nicht ob sie gequält werden den Gott bewahre ich ich bin jetzt niemandem was unterstellt aber die bellen halt jeden Abend los und das seit Monaten das macht es halt nicht unbedingt besser hier wäre auch noch eine Wasseranlage okay Sündzellen haben wir zu wenig Waren Einfuhr fehlt ach dafür brauche ich 2 oder? produziert 16 braucht 8 ach da brauche ich 2 davon ich habe 2 Stunden lang gespielt ja ist klar weil ich jetzt ja dazwischen noch weg war und die Dingens geholfen habe den PC zu reparieren ich kann das System noch verbessern da fehlt nur etwas Feinkalibrierung ich finde das halt toll irgendwie mit den Upgrades man kann das alles so wirklich ausreizen hier Logistikzentrum wie war das je dunkelblauer desto stärker ausgelastet oder so ok ok gut gleich kommt nämlich der Dong ich weiß noch nicht wie man hier speichert das ist jetzt das einzige Problem ich hoffe einfach mal dass das ganze speichert wenn ich beende falls nicht sehen wir es das nächste Mal sowieso oder ich wechsle nochmal schnell das Gebiet dann speichert er auch das habe ich auch festgestellt Dong Dong genau so wollen wir springen wir hoffen dass sie einsteigen ja aber jetzt stehe ich erstmal aus denn ich muss das ganze Zeug ja auch noch rendern und äh ja dann übertragen und ich verabschiede mich ja am liebsten aus der Arktis heute mal ähm oh hier ist echt alles am ab abgehen das ist hier kann ich diesen Wärmebereich ausdehnen Geothermalturbinen Geothermalturbinen dafür brauche ich einen Küstenbauplatz Nein Wenig Konservaten dafür brauche ich einen Bergbauplatz Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern ja wieder behinderings ok weil ich dafür ich brauche Arbeiter ok dafür brauche ich Bergbau die Kette ist zu kalt Mist ich muss jetzt wieder abreißen ok darum kümmern wir uns das nächste Mal das ich wahrscheinlich sehr bald machen werde ich bedanke mich bei euch aufs herzlichste bäh ich bedanke mich bei euch aufs herzlichste fürs Zusehen der ersten 6 Folgen wünsche euch eine wunderbare gute Zeit habt Spaß was immer ihr auch macht wir sehen uns mir versagt die Stimme im Moment trockener Hals und so Verzeihung wir sehen uns schon sehr bald wieder das heißt ich sehe euch schon sehr bald wieder während die Folgen kommen weiß ich jetzt nicht genau deswegen aber ich setze mal an und werde ich hypen deswegen wird da relativ viel kommen danke auf jeden Fall fürs Zusehen habt eine wunderbare gute Zeit viel Spaß was immer ihr auch macht und wir sehen uns schon sehr bald wieder und dann siedeln wir in der Arktis weiter bis dahin machts gut tschau ach ja auch und schreibt mir in die Kommentare was ihr bis jetzt davon haltet würde mich echt interessieren Dankeschön bis dann